So, weiter geht's. Das war jetzt gerade wieder so eine Stelle, wo ich einfach mal noch mal einen neuen Port angefangen habe. Ach, hier. So, bitteschön. Habt Dank. Wir hätten nie gewagt zu hoffen, dass wir in diesem Leben noch vereint. Durch eure mutige Tat jedoch besiegt wir die Schicksal. Findest, fanden, blablabla. So, das war das. Bedeutende Anhänger. Ach, der Zombie verfolgt uns immer noch. Och, komm, jetzt geh doch einfach mal weg. Rinderhau, das ist gut. So, Pieke, Gewand, Regen, bedeutende Anhänger. Handauflegung. Tun die mal austauschen hier. Den könnten wir notfalls wahrscheinlich dann auch in eine Waffe einschmieden lassen. So, dann nehmen wir gleich noch die Quest mit an. Wenn wir mal hier sind. Ach, die sagen nicht immer Blumen zum Gruße, sondern Lumen zum Gruße. Aha. Ich suche einen Streiter für das Gute und die Gerechtigkeit. Hier können wir aber nicht reden. Also, wenn ihr interessiert seid, folgt mir. Für diese Aufgabe bin ich genau die Richtige. Ich folge dir. Wird doch bestimmt irgendwas Böses mit mir machen. Die dunkle Ecke. Schau euch erst um und stellt sicher, dass wir nicht belauscht werden. Wir werden nicht belauscht, außer von Zombies und so. Sprech mit blablabla. Du kannst auf mich zählen. Es ist so schrecklich. Es war Nacht, als sie kamen. Sie zahlten meinen Mann aus unserem Bett und legten ihn Ketten. Aufgabe erfüllt. Was? Aufgabe erfüllt haben wir jetzt. Bevor wir jetzt die Quest machen, tun wir ans Besten nochmal gleich die Spiel noch mit annehmen. Ich werde dich nicht enttäuschen. So, nein. Werden wir aber jetzt nicht machen. Wir machen als allererstes. Ja, da haben wir es doch schon wieder. Wo ist denn jetzt die Quest? Der Geliebte. Kammerjeder. Ja, jetzt haben wir hier mehrere Quests. Aber ja, ich sehe noch den Überblick. Gut. Nehmen wir vielleicht noch mehr an, wenn wir noch eine finden. Müssen wir die dann gleich alle mit ihnen mal machen. Eine riesen Halle hier. Und wir laufen. Und laufen. Und laufen. Und immer noch. Und immer noch. Ach hier. Da können wir gleich mal speichern. Vorsichtshalber. Hier haben wir mich den Brunnen. Hier haben wir... Das Portal. Wo wir dann noch einfacher mal irgendwo noch mal hingehen können. Vor allem die Quests, die wir noch nicht beendet haben. Da können wir dann einfach mal noch schnell mal an das Dorf wechseln. Ähm. Ja, wo müssen wir denn jetzt? Hier rüber oder was? Ist hier etwa deine Sommerresistenz? Residenz. Ach, hier sind die Fischer. Irgendwelche Kanalratten und Spinnen. Ich hätte es doch selber machen können. Ich werde mal fertig mit der Quest. wird erledigt irgendjemand aus dem gefängnis ach stimmt wir müssen dann wahrscheinlich auch ja ich könnte mir schon vorstellen wo das gefängnis ist wie können wir mich dann auch mal mit dem boot fahren auf die insel das müssen wir auch noch machen bei unten am strand also unten am Meer ja hier unten da warten auch noch einige Quests auf uns so jetzt geben wir erstmal noch die Ene ab wir müssen ja nicht so wieder hängen würde ja na hier müssen wir dann lang ich glaube wir haben uns gerade hier ein bisschen verlaufen kommen wir von da aus ja kommen wir das ist gut ach ja so und hier gehen fremde Leute ins Haus eilend aus meine Residenz ist wieder sicher sicher herrlich ich zögerte nicht sondern handelte sofort genau nach meinem Geschmack da will ich mich nicht schlumpfen lassen so das war das ach gleich noch eine ok überbringe überbringe Lord Alkan das Gold an seinen Unterseelen gern doch ach und wo ist der jetzt schon wieder das ist wahrscheinlich wirklich ein Bug mit diesen komischen Quests naja dann machen wir das jetzt so wir tun jetzt erstmal die eine da abfangen die genau die tun wir jetzt mal abfangen was auch immer wir jetzt machen müssen was haben wir denn hier neumutscher PC mit Fingerabdruckscanner ok ok so kann man die auch machen ne ja dann müssen wir jetzt runter an den Hafen mal gucken ob wir da auch gleich noch ein paar Quests finden ja natürlich cool da können wir dann gleich noch alle zusammenpacken und die dann stückchenweise abarbeiten das wäre mir eigentlich lieber als die ganze Zeit hier rumzulaufen eh eine Quest zu machen und dann finden wir wieder eine und dann machen wir erst die und mit der anderen werden wir mich dadurch ja das ist nicht so schön genau dann nehmen wir uns gleich noch die hier noch mit an es wird mir eine Freude sein aber natürlich ach so die sind geflogen so hier muss man glaube ich den abfangen das wäre erledigt die erledigt ok da haben wir auch noch eine den Auftrag nehme ich nur zu gern an Belohnung 1500 Geld das darf man natürlich nicht entgeben wir müssen jetzt her töten wir müssen jetzt her töten ich entbiete euch meinen Gruß viele Predigen ich hab grad ginge Zeiten hier zu quatschen siehst du doch möge nun mit euch sein meine Damen ja dann ja der war dran schuld warum tust du damit mit quatschen so so will der auch noch anfelfen ne ach hier na nu was ist denn hier los wir dachten schon wir würden hier verrecken hab dann wo ich verstehe verstehe ich grad nicht naja ich kann hier haben wir noch was ein Inquisitworm oder so ein Inquisit aus dem Weg abschauen wird diese Lady nicht an doch das werde ich das werde ich sooo ähm was machen wir jetzt mit diesen Geißeln ach ja genau das ist es dann gibt wir erstmal die ganzen Geißeln hier ab da hat nochmal mehr Leute die wir hier irgendwie in der Gruppe haben da hat nochmal mehr Leute die wir hier irgendwie in der Gruppe haben dann suchen wir ach ja genau hier kommen wir jetzt zum Beispiel jetzt zu diesen ja da müssen wir jetzt auch hin auf dieses Boot und mit diesem Boot kommen wir dann eben auf eine bestimmte Insel drauf und von da aus geht es dann eben weiter und wir müssen wahrscheinlich neue Dolch des Mörders gefunden äh 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 was hat denn das hier alles hier gemacht hat denn jetzt jemand geblinkt ach hier das ist doch bestimmt wenn wir da von den beiden warum macht der die Tour nicht aus gibt's denn noch irgendwas auf der Insel ne wahrscheinlich gehen wir mal wieder zurück sooo sooo